Hi Leute, ich möchte euch was sagen. Das neue Eure Ticket ist online bei Ticketautomaten, bei Ticketschalter und natürlich bei Kundencenter. Das könnt ihr immer holen. Ihr müsst es immer neu kaufen für Juli und August und Juni. Es ist bis August nur verfügbar. Den Link in der Videobeschreibung seht ihr, dass es online ist. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Haut rein, eure Can. Hallo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Bus- und Bahnkanal. Und naja, heute ist kein Fahrt unterwegs heute. Heute wollte ich mal euch was präsentieren, eine Bushaltstelle. Und der heißt Westholz Grundschule. Und naja, wo ich jetzt gleich bin, das seht ihr gleich. Hier ist die Haltstelle, das ist die Nu-Ausstieg-Haltestelle. Von der 424 und 425. Und naja, da ist der Nu-Ausstieg. Das ist Westholz Grundschule. Und ja, also hier ist der Nu-Ausstieg-Haltestelle, die Termin ist. Und naja, heute kommen wir auf das nächste Haltstelle, der 424 und 425 Richtung Güttlerstraße und Dollarsweg fährt. Und naja, heute fahren die nicht. Und naja, wir sehen uns gleich an Haltstelle. Hallo Leute, jetzt stehe ich hier an normaler Haltstelle Westholz Grundschule. Und naja, hier sind die Fahrpläne der 425 Richtung wickelte. Der fährt erst um Montag, Freitag, Samstag, Sonntag nicht. Nur Montag und Freitag, nur 9.07, 13.07, 14.07, 16.19. Und naja, und hier ist auch der nächste. 424 fährt nur 8.37, 12.37, 13.37, 16.49. Und ja, die fahren nur Montag und Freitag, Samstag und Sonntag nicht. Die fahren dann nur bis zum Zentrum. Und ich glaube, wegen Schulzeit könnte es, glaube ich, sein. Und ich gucke mal, nächstes Mal, wenn ich Lust habe, dann werde ich später ein bisschen nach Hause kommen. Und dann Richtung Westholz, Ausstattung Richtung Westholz Grundschule, laufen da ein bisschen nach. Machen wir den Westholz Grundschule. Bis Dollarsweg auch Westholz Grundschule und Göttlerstraße. Machen wir das mal aus. Samstag und Sonntag fahren die nicht nach Westholz Grundschule, weil da keine Schule beginnt. Weil ich glaube nur, ich glaube nur diese Linie, der noch von Westholz Grundschule fährt, glaube ich, zur Schule. Also, wenn die auch Lust haben, fahren die auch mit diesem Bus Richtung Westholz Grundschule, der hinter mir ist. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns nächstes Mal. Das heißt, euer Radlan. Tschüssi! Gut, gut.